Ich werde echt älter Leute, ich werde echt älter, aber nächstes Jahr kriege ich türkische Rente und dieser Pool hilft natürlich schon mit dazu, dass man eine straffere Haut hat, auch eine straffere Vorhaut, die ich nicht habe und ich gehe jetzt wieder ins Wasser, liebe Grüße und ich wollte heute das Video machen von meiner Frau, die ist ja in Madagaskar gerade, weil ihr Opa, ja das erzähle ich alles im Video. Okay, lasst euch gut gehen, bis zum nächsten Video.